was ist jetzt schon das ging ja mal das war man schlecht dafür dann ich habe mich nicht nur noch gegen 10 warum unser typisch rennen kann weiß ich noch nicht aber ich weiß jetzt was für Loading ist das ist auch mal schon mal super die EU da macht sich gegenseitig von Assetto dann würde ich sagen reden wir jetzt mal mit Deputy ach mit dem Typen da also dann, here we go das war 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 ich habe dann machen wir das nochmal ne na dann oder ich mach schneller hier 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 Ja, ich weiß nicht, was ich hier ist. Ja, ich weiß nicht, was ich hier ist. Das war noch mal easy. Ja, darf ich? Ja, darf ich nicht. It's mechus! Reppen the chili eaters in for the ranch. Here they come, blaze away! Pull your irons and I can hear them up ahead. Los geht's! Körbe! 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 Oh, 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 oh. Rude has been playing you and your little whore like a fiddle. Keep your hands up. What are you gonna do? Shoot us in cold blood? Yeah, Rude. Who's the murderer then? Er hat die Gerechtigkeit nun. He's coming for you. Erster Daumen. Noch's der zweite Daumen. Da sind wir wieder vier. Ach, die Leichtlieder war korrekt Daumen. von Matrix-Style. So, er hat die Gerechtigkeit nun gesehen, ne? Oh, games go. Oh yeah, nice weapons. So, dann von Rude Brown. So, und jetzt jetzt mit Gunn weiter. Vorher geht's an der Stelle schon wieso schon weiter, aber für mich mal wieder nicht. Denn ich hab gestern aufgehört nach der Toll-Mission in Dienstburg. So, dann wollen wir sagen, dass wir jetzt wieder weiter mit der Mission. Scheiße. Das ist böse. Die arme Jenny. Das war echt böse jetzt, ja. Die arme Jenny. So entschuldig. Ja, ja. Ja, das ist böse. Ja, das ist böse. Das ist böse. Ja, das ist böse. Ist ja toll. Wir können auch sehr viel, drei gegen einen. Das ist immer super fair.